Hallo bei FaltradXXS.de Hier haben wir das erste Tiefeinsteigerrad aus dem Hause Törn endlich bei uns angekommen. Es nennt sich Swoop und gibt es in zwei Schaltvarianten. Einmal baue ich hier gerade auf das Swoop mit einer Automatiknarbe aus dem Hause SRAM. Zweigang Automatik. Oder aber auch hier mit der Shimano Nexus bekannten Rücktrittnarbe Siebengang. Der Faltmechanismus, den kennt man ja bereits von den anderen Törnrädern. Man hat halt hier nur den erheblich höheren, tieferen Einstieg. Dankeschön.